Willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal soll es um meinen Lesemonat beigeben. Im Mai habe ich sieben Bücher gelesen, gehört, als Hörbuch oder als E-Book. Und wir fangen an mit dem ersten Buch, das kann ich leider nicht zeigen, und zwar war das das Hörbuch Aschenkind. Dieses wurde bei Amazon empfohlen und ich wollte da gerne mal reinhören. Und das ist quasi eine Neuerzählung von Cinderella oder Aschenputtel. Mit ein paar neuen Aspekten, die im Bereich Fantasy liegen. Und so ein paar Jugendbuch Aspekten, wie so Love Triangles. Die Welt wurde halt so ein bisschen erweitert um verschiedene Länder und umgebende Reiche und noch so Fabelwesen. Das war eigentlich sehr spannend. Die Hauptperson und die Familie, also die Stiefschwestern und die Stiefmutter haben auch etwas mehr Charaktertiefe bekommen. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Alles in allem hat es mir trotzdem durchschnittlich gefallen. Es war auch recht kurz. Verschiedene Sachen hätten da weiter ausgebaut werden können, wie zum Beispiel die Welt. Die hörte doch mehr oder minder an der Grenze auf und das Love Triangle war irgendwie auch überflüssig. Und die Hauptperson war so ein bisschen wankelmütig, was ihre Interessen angeht. Also sobald ihr Love Triangle irgendwas gesagt hat, hat sie sofort ihre Meinung um 180 Grad gedreht und sie hat genau was gemacht, was er gesagt hat. Und das fand ich jetzt irgendwie nicht sehr beständig. Also wenn ich mir vornehme, ich weiß ich nicht, ich stehe für mein Land und mein Land ist mein Ein und Alles und was, keine Ahnung. Und dann plötzlich kommt der Typ und sagt, ja, aber ist doch alles nicht so schlimm, ihr seid dann, keine Ahnung, unabhängige, abhängige Republik ist ja alles kein Problem. Und dann sagt man, ja okay, machen so. Nicht so meins. Und das war das erste Buch. Und das nächste Buch, was ich gelesen habe, kann ich das hier mal zeigen. Und zwar wäre das das Jubil, der erste Band. Ich habe es natürlich geschafft, die komplette Trilogie im Mai zu lesen. Und der erste Band hat mir so gut gefallen, dass ich gleich den zweiten Band lesen musste. Was auch teilweise daran liegt, dass es mit einem ziemlichen Gliffhänger aufhört. Naja. Ähm, ja. Das ist halt eine Jugend-Dystopie. Den wird er vielleicht nicht komplett wiedergeben, weil das kann ich eh nicht so gut. Ich fand den Ansatz, äh, interessant von der Welt. Also diese, ähm, also kann man hier mal gucken. Da ist hier so eine schöne Paint-Shop-Grafik drin. Die Welt ist eigentlich quasi eine Stadt, die aus verschiedenen Bereichen besteht. Wobei das so in so Ringe unterteilt ist mit Mauern dazwischen. Und die äußersten sind halt die ärmsten. Und in der Mitte das Juwel ist dann, ja, der Herrscherpalast und die Häuser der Adeligen. Und, ähm, wie das halt so ist, äh, meistens sind so Dystopien. Und jetzt brauchen die Adeligen natürlich die ärmeren Schichten, um in dem Fall halt, zum Beispiel, ähm, ihre Kinder kriegen zu lassen. Oder als Diener oder als Sklaven, also irgendwie... Dystopie halt. Ähm, und der Schreibstil fand ich sehr gut zu lesen. Das war sehr angenehm. Ich hab die Welt auch sehr gut verstanden. Ich mein, die war jetzt nicht so groß. Das ist quasi eine Stadt oder eine Insel. Äh, ja. Nicht zu brechen. War jetzt nicht... Hat einen jetzt nicht bevorderst. Ähm... Ja, die Hauptperson, äh, Violet, äh, fand ich sehr sympathisch. Auch die anderen, also hier, den... Ich zeige's ja nochmal gleich. Äh... Ja, Ash kommt am Ende vor, dann, ähm... Äh, die Herzogin hier war halt ein schöner, fieser Charakter. Und ein bisschen... Und die Freundschaft natürlich, also die... Das fand ich auch nicht schlecht, dass, ähm... So ein bisschen die Freundschaft zwischen der Hauptpartnerin, der Nächsten und ihrer besten Freundin... Wurde halt auch behandelt und bestimmt auch im Vordergrund. Das war auf jeden Fall schön. Ähm... Ach, die Autoren, was ich immer dazu sagen... Ist Amy Hewing. Und, ähm... Ähm, Lucien, genau. Lucien, äh... Das Ganze hat 445 Seiten. Ist allerdings... sehr groß geschrieben. Deswegen auch schnell zu lesen. Ja, und danach habe ich mit dem zweiten Band, wie gesagt, weitergemacht. Den hatte ich, äh, netterweise auch schon da gehabt. Deswegen kann ich gleich daran ansetzen. Zweiter Band heißt Die Weiße Hose. Die Titel haben... Die Untertitel haben ein bisschen ja auch mit dem Buch zu tun. Außenweise immer. Ähm... Haben sie auch direkt auch schon in Englisch übersetzt. Daran könnte es liegen. Die Titel ist auch wieder sehr schön. Und das Ganze hat, ähm... Gucken... 395 Seiten. Ist also ein bisschen dünner als der erste Band. Müsst ihr gut lesen. Am Anfang gibt es leider keine Grafik mehr. Das muss man sich dann im ersten Band angucken. Der zweite Band hat mir von der Story her sehr gut gefallen. Weil es dann mit so der Evolution etc. weiter ging. Und dann noch so ein paar andere Aspekte, als sie den Standard, äh, Tagesablauf im Juwel gesehen hat. Ich will aber nicht zu viel sagen. Das habe ich alles verspoilert. Ähm... Lustig fand ich... Ich weiß gar nicht, wenn man es schon so schnell findet. Ja, 20 Uhr später... Ich weiß nicht, wieso. In den ganzen Büchern kommen keine Grafiken vor innerhalb des Textes. Außer im zweiten Band. Wer kommt plötzlich? Und Wegweiser? Ich hab das umgeblättert gerade, ne? Also an sich ist das jetzt nicht schlimm. Also so auf den Texte so... Also mittendrin einfach mal, hm? Hm? Weiß nicht. Naja. Auf jeden Fall hat mir natürlich der zweite Band dann dementsprechend gut gefallen, dass ich auch den dritten Band lesen musste. Den habe ich erst später gelesen. Vorher habe ich noch eine Kurzgeschichte gelesen von der Reihe. Und zwar ist er House of Stone als E-Book. Englische. Die gibt es auch im Deutschen. Bei den Deutschen sind die ja teurer. Und das ist halt nur eine Zusatz-Kurzgeschichte. Und in der geht es halt um Raven, also der besten Freundin von der Violet. Okay, der sieht jetzt auch nicht so wild aus. Aber wie sieht das Ganze in Englisch aus? Also ich sag mal, es gibt zwei Kurzgeschichten, die quasi zwischen dem ersten und dem zweiten Band spielen. Und die kann man nach dem ersten Band lesen. Es geht halt so ein bisschen um Ravens Geschichte, während Violet quasi ihre Geschichte im ersten Band erzählt. Allerdings wiederholt sich da so ungefähr 90% davon, was auch im ersten Band vorgekommen ist. Also eigentlich die gleichen Geschehnisse, wo quasi Raven und Violet gleichzeitig waren. Also bei der Aktion und bei dem Essen später. Komplett nochmal die gleiche Szene. Nur aus der Sicht von Raven mehr oder minder. Das war jetzt irgendwie... Ich hatte jetzt noch gehofft, dass da viel mehr erzählt wird über das, was Raven quasi außerhalb von den Treffen mit Violet gemacht hat. Also das, was wir noch nicht wussten. Da kam ein bisschen vor. Aber es hat sich jetzt nicht gelohnt dafür, die Seiten zu lesen. Wie viele Seiten hat er das? 70 Seiten jetzt hab ich's gefunden. 70 Seiten. Mit neuen Infos vielleicht. 20. Okay, ich hab's trotzdem mit. Die andere Kurzgeschichte hab ich mir dann nicht nochmal durchgelesen, weil die hat da irgendwie noch schlechtere Bewertungen als die erste und die hat mir schon nicht gefallen. Wie gesagt, dann lasse ich's. Und dann lese ich schon lange wieder was anderes. Und zwar hab ich dann gelesen den ersten Band von Flames and Roses. Oh, das ist der erste Band und die Reihe heißt Lebe die Bau übersinnig. Von Kirsten Weid. Das ist im Wirbel Verlag erschienen. Und ja, die Aufmachung fand ich auf jeden Fall sehr hübsch. Ich hab' in einer Binde aufgeholt. Und die Story war auf jeden Fall sehr lustig und kurzweilig unterhaltsam. Und das ging ein bisschen in Richtung. Also ich fand's so waffinäßig. So eine, naja, nicht nur Vampirjägerin, aber so eine übernatürliche Wesenjägerin in der Hauptperson. Und, ähm, die Idee heißt sie. Und das war eigentlich schon sehr unterhaltsam. Kann ich euch mal weiter empfehlen. Und dann hab ich natürlich den... Gibt es noch was rein? Den dritten Band von das hier wie gelesen. Der Schwarzschlüssel. Und der war auch mal wieder nicht so lang. Hatte auch 395 Seiten. Das war quasi die... Das Ende der Geschichte. Deswegen erzähle ich lieber nicht, wie's ausgegangen ist. Hat mir vom Schreibstil auch sehr gut gefallen. Ähm, ließ sie auch sehr gut lesen. Also es hatte am Ende so ein paar kleine Längen, fand ich jetzt. Und ein paar unlogische Stellen, die mir dann aufgefallen sind. Aber ich sag mal, alles in allen... Alles in eine sehr gute Reihe. Sonst hätte ich sie auch nicht so schnell zu Ende gelesen. Also zu empfehlen. Und dann hab ich noch ein Buch, was ich jetzt wieder zeigen kann. Und zwar hab ich als Hörbuch, ähm, gehört. Ähm, Perfekt von Cecilia Ahern. Das ist halt der zweite Band dieser Flort-Reihe von ihr. Flort hatte ich schon mal einen Monat davor gehört. Als Hörbuch. Und, ähm... Ja, Perfekt war quasi der Abschluss. Das hat eigentlich auch gereicht, die beiden Bände, um die Geschichte zu erzählen. Es geht halt um Dystopie mit... Auch einer, ähm... Äh... Ja, einfach eine Gesellschaft, die auf so perfekt getrimmt ist. Und etwas seltsamer. Also die haben quasi, äh... So eine... Moral, äh... Sicherungs- oder... So einen Aufpasser, äh... Parallel, ähm... Institution gegründet, die quasi nur darauf guckt, dass sich alle Leute irgendwie perfekt verhalten. Und die nicht perfekt behalten. Die werden irgendwie bestraft. Die stehen aber irgendwie außerhalb des Gesetzes. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil... Man... Gesetz gibt es auch noch. Es gibt eine Regierung. Es gibt ein Gesetz, es gibt nur eine Polizei. Und wenn irgendjemand ein Verbrechen begeht, dann werden die halt normal bestraft. Und wenn halt dann jemand solche moralischen Verfehlerungen begeht, wurden die halt über diese... Normal-Gesellschaft... Bestraft. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nachvollziehbar. Vor allen Dingen, weil die Strafen von der irgendwie... Viel härter sind als das, was... Das, äh... Das, äh... Irgendwie so zwei Jahre im Gefängnis bist du da quasi für dein Leben lang irgendwie aus... Gesperrt, gebrannt macht und keine Ahnung was. Das ist eigentlich ein bisschen... Sehr krass. Aber es ist halt ne Jugendhystopie, also... Von daher hab ich jetzt da nicht so... Große... Ansprüche dran, was da jetzt diese Welt angeht, dass das halt so total ausgedacht ist. Also auf jeden Fall, äh... Interessante Ansätze und ähm... Die Hauptperson hat mir auch gefallen, auch wenn man einfach mal okay gegangen ist und... Ja, das war halt... Der Love Interest war halt so ein bisschen arch, äh... Insta-Love, äh... Und ein noch etwas erzwungeneres Love Trangle am Ende war irgendwie... Das waren so meine Kritikpunkte, weil das hätte ich eigentlich gedacht, von einer... Romanautorin, die Cissi, ja... Hören würde da in der Richtung... Was Bisseres kommen, also irgendwie... Etwas ausgearbeitete... Liebe Story... Aber dafür war die Welt eigentlich sehr gut ausgearbeitet... Eigentlich das, was man nicht gedacht hätte... Und das hat's dann da so ein bisschen rausgerissen. Und deswegen fand ich die eigentlich ganz gut und hab die auch schnell durchgehört. Ja, das war das Hörbuch. Dann habe ich noch ein E-Book gelesen, und zwar Ass. Das kann ich auch wieder zeigen. Und halt in die Richtung... New Adult. Ja, klar, geh aus. Das ist der zweite Teil einer Reihe. Der erste Teil heißt Him. Und dann sind die Hauptvortragende beide männlich. Und das geht auch noch so um Eishockey. Also das fand ich eigentlich echt nicht schlecht. Ich hab da nicht so viel Ahnung davon. Und das wurde halt im ersten Band total gut erklärt. Also die kennen sich halt schon von Kines Bayern an. Sind halt immer im Sommer zu so einem Eishockey-Camp gefahren. Und haben dann da Eishockey trainiert. Und sind auch beide sehr gut. Und sind dann irgendwie so am Ende des ersten Bandes so ungefähr fertig mit der Schule oder Ausbildung. Und wollen halt so ihre Profi-Karriere starten. Und ja, ist halt New Adult. Also kommen wieder Liebesszenen, Sexszenen vor. Aber vor allen Dingen... Also eigentlich stil ist die Geschichte tatsächlich. Super, super schön in den Büchern. Also die sind so sympathisch. Und da gibt's auch so richtige normale Probleme in der Verziehung, sag ich jetzt mal. Also nicht das übliche, keine Ahnung, weiß ich nicht, alle meine Anverwandten sind gestorben. Und ich hab irgendwie schlimme Schicksalsschläge in der Kindheit. Also das kommt zwar auch so ein bisschen. Aber der eine hat tatsächlich irgendwie eine liebevolle Familie. Soll mal vorkommen, wenn die auch noch lebt. Und die haben halt halt Probleme mit dem Coming-out und solche Sachen. Und dann halt die sportlichen Probleme. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. Das hat er ganz auch so ein bisschen realistischer gemacht. Ich dachte, okay, so mega realistisch sind die Bücher alle nicht. Aber das war auf jeden Fall sehr schön. Und Teams-Geschichte war einfach genial. Und lustig. Also lustig ist auch stellenweise. Kann ich also nur empfehlen. Zwei werden abgeschlossen. Das ist auch ein Vorteil, finde ich. Also die meisten New Adult 3 liegen ja ein bisschen zu unendlicher. Und da ist es mal schön, wenn ich irgendwas mal abgeschlossen habe. Ja. Und die beiden Bände gegen den gleichen Charakter. Das fand ich auch nicht schlecht. So. Das war das E-Book. Hier auch damit. Drei, vier, fünf, sechs, acht. Okay, zählen kann ich auch nicht. Also mit der Kurzgeschichte wären es tatsächlich acht Bücher gewesen. Kann man die Kurzgeschichte dazu zählen oder nicht? Können wir auch lassen. Achso, ich hatte noch statistikmäßig ausgerechnet. Ich habe tatsächlich 2781 Seiten gelesen. Circa 90 Seiten pro Tag. Was ich natürlich so nicht mache. Aber ja. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Lesung für mich. Und so mein Standardwert sind eigentlich immer so vier, fünf Bücher, sag ich mal, im Monat. Dieses Jahr läuft eigentlich sehr gut. Da schaffe ich es tatsächlich auch mal irgendwie so sechs, sieben Bücher immer zu lesen. Ob ich das den Rest des Jahres durchhalte, weiß ich nicht. Meine Goodreads-Challenge liegt bei 45 Büchern. Das werde ich wahrscheinlich schaffen. Das habe ich letztes Jahr auch geschafft. Und da habe ich jetzt schon vier, ja, also wenn das Video mal kommt, 44 Bücher von gelesen. Ja, sieht also gut aus. So, das war's von meinem Monatsrückblick Mai. Und das ist jetzt so mein neuer Hintergrund. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Ich werde nochmal auswählen, was ich noch was besseres finde. Ihr seid nicht so einfach. Und mal schauen, was so als nächstes Video kommt. Ich hoffe, ihr seid ja wieder dabei. Viel Spaß und bye-bye.